Kein Tag geht zur Neigung, an dem Oswald Satan nicht die Hände faltet, für den Moschentier und die Harmonien auf Ehren. Sei auch, mit den Kirchen haben vielen Menschen durch schwere Zeiten geholfen. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke für die neue Sonne, an dem Oswald Satan nicht die Hände faltet, für den Moschentier und die Harmonien auf Ehren. Danke für die neue Sonne, an dem Oswald Satan nicht die Hände faltet. 080, dann die 503 für Deutschland, 0820, 2030, 87 für Österreich und 0848, 266, 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie, 049, 3871, 450, 450. Der Glaube zu Gott ist das Herz der Welt und die Musik der Weg ins Himmereich. Gott hört unsere Gedanken, hören wir auf dieser Musik. 100 Lieder voller Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es erstmals auf 5 CDs. Wir sind alle Kinder, finden auch Sie die Liebe zu Gott in Liedern voller Gefühl und Ehrlichkeit. Die christliche Hitparade auf 5 CDs. Rufen Sie uns an 080, 3-5-0-3. Die christliche Hitparade in der limitierten Zunterausgabe auf 5 CDs, 080-5-0-3. Die schönsten Stimmen erklingen hier bei uns. Das tägliche Gespräch mit Gott gibt uns Ermutigung und Hoffnung in den Herausforderungen des Alltags. Ihre positiven Reaktionen auf unsere Erfolgsreihe, die grössliche Lipp-Balade zeigen uns, wie wichtig Ihnen diese Musik ist. Darum haben wir uns entschlossen, diese Kollektion mit fünf CDs für Sie und Ihren Stars zusammenstellen zu lassen. Diese 100 Lieder bereichern unseren persönlichen Umgang mit Gottes Wort. Sie regen uns zum tieferen Nachdenken an und raten uns in verschiedenen Situationen des Alltags. Erstmals gibt es die christliche Lipp-Parade auf fünf CDs. Das war Isabel, ist für ein Mann, die Frau. Ein Stück von Garten in den, das heißt die ganze Lipp-Parade auf. Die großen deutschen Schlagers und der Volksmusik haben ihre persönlichen Archen, ihre Inseln des Friedens, ihre Lieder der Hilfe und Erbauung, für Sie ausgewählt, für diese Kollektion. Wir schrieben für die Ewigkeit, schau ins goldene Buch des Lebens. Wer als Christ lebt, merkt, dass der Alltag mit Gott ist. Ein ziemliches Auf und Ab sein kann. Unsere Kollektion ist eine Hilfe. Genießen Sie diese Geborgenheit. Wenn Gott in einer Beziehung mit uns leben möchte, freut es ihn, wenn wir ihn an unseren Gefühlen und Gedanken teilhaben lassen. Und nichts verbindet Himmel und Erde, so wie Musik. Das ist die christliche Lipp-Parade. Wicht хорошийlopp.